Servus 751, back in Dresden. Ja, das Jubiläum war jetzt ja nicht so das positivste Jubiläum, da ich dann doch völlig unerwartet rausgeflogen bin. Also es ging dann doch viel plötzlicher als befürchtet und unerwartet, aber vielleicht mal wieder Glück, Glück im Unglück. Ich bin nach langer, langer Zeit nach Dresden zurückgekehrt, wo ich damals einen Aufstieg feierte. Die legendäre Yuri Kampos-Ära wird dem einen oder anderen noch in Gedächtnis geblieben sein. Die Erinnerungen sind schon ein bisschen ergraut, so wie die Frau. Aber wer sich an meine Zeit hier in Dresden erinnern möchte, der kann natürlich die alten Folgen hier nochmal abrufen. Ich muss selber hier mal ein bisschen durch die Stadt gehen, mal gucken, was sich hier so verändert hat. Es ist fast 20 Jahre her, da ist das ein oder andere Geschäft und die eine oder andere Kneipe gar nicht mehr da. Aber ja, ich bin so eine Art Neurohrer von Dresden hoffentlich, bei vielen anderen Vereinen gescheitert. Aber hier, ach, mir wird jetzt hier auch attestiert, dass die Fans mich hier nicht mögen. Das ist also Quatsch. Das ist also wirklich Quatsch. So. Sandra, das pikante Alter von 69 erreicht. Wir haben ihren Geburtstag gebührend gefeiert. Ich habe mir mal den Kader hier angeguckt. Wir sind in der Breite nicht so doll aufgestellt. Wir haben aber drei Zwölfer, ein Elfer, vier Zehner. Aber halt in der Breite nichts. Und wir können uns jetzt auch keine Spieler mehr verpflichten. Ich brauche auf jeden Fall mal einen Co-Trainer, nämlich mal meinen Freund I Love Tits. Oliver Kahn. Das ist auch dabei so, der Tits soll einmal bauen. Der hat zwar in der Vergangenheit auch nicht mal das Beste gebaut. Aber ja, der Tits baut jetzt hier irgendwie ein Haus mit Legosteinen. Dann, äh, nee, ich nehme einfach mal ein klassisches 4-3-3. Ich möchte mal wieder mit 3 Sturm spielen, weil das hat ja irgendwie gefühlt besser geklappt meistens. So, da haben wir nämlich drei gute Stürmer. Maia, Dapvalu, den Silver de Gose, Schuster. Und Nioff haben wir auch noch. Wir haben quasi vier gute Stürmer. Den Silver de Gose dann mal als guten Bankspieler. Ups, Entschuldigkeit. Viele gute Bankspieler werden wir hier nämlich nicht aufbieten können. Bozovic auch. Und zwar Innenverteidigung ist auch dünn wie Zeitungspapier. Ah, da haben wir den Bagger, der ist gerade auf Länderspielreise. Wofür denn überhaupt? Für Deutschland, tatsächlich. Am Tiener Titelträger dann. So, der muss auf jeden Fall hier mit so einem grünen Schnabel an der Seite spielen. Linkes Mittelfeld haben wir. Und auch im rechten Mittelfeld sind wir dünn. Dann müssen wir dann hier auch... Also wir haben hier keine perfekte erste Elf. Wobei, wir haben noch den Packer hier als Zehner. Dann spielt der einfach statt Innenverteidiger ein bisschen vorgezogen. Haben wir aber dennoch mindestens eine Schwachstelle in der ersten Elf. Guck mal, bei der Jugend oder ganz viele, die noch keinen Vorvertrag haben. Wir kriegen erstmal alle Vorverträge. Da habe ich zwei linke Mittelfeldspieler mit riesigem Talent. Unter anderem der eine mit gar keinem Talent. Und auch einen rechten Mittelfeldspieler. Kann ich ja zumindest den Gil hier schon mal hochziehen. Haben wir da zumindest auch einen jungen Mann, den wir da mal reinschmeißen können im rechten Mittelfeld. Der auch sogar ein bisschen stärker ist als der Cook. In der Amateurabteilung haben wir nur Stürmer und DMs. Da haben wir eigentlich keinen großen Bedarf. Vielleicht einen Ersatzstürmer. Aber ich muss jetzt erstmal hier einen Überblick. Wir haben über 17 Millionen auf dem Konto. Vorstand ist ja auf der Sicht. Du darfst mir jetzt von vornherein mit denen nicht verscherzen. Wir wollen oben mitspielen. Ich habe Vertrag bis Ende der kommenden Saison. Und ja, vielleicht ist auch jetzt noch ein Aufstieg drin. Also ich muss erstmal hier mir ein bisschen upgraden. Erstmal zu Reinhard Rundball, HA, L8000 und Noraxa. Das sind ein paar Ausgaben, die sein müssen. So die Fans werden erstmal hier mit 500 Tickets verwöhnt. Aber wir spielen direkt wieder gegen Wiesbaden. Die begegnen einem auch immer wieder. Und ich stelle jetzt nach wie vor das Training selber zusammen. Komplett Pressing machen wir hervorragend. Ecken ordentlich. Einwürfe sind schlecht. Dann üben wir jetzt hier schon mal. Montags, Mittwochs und Freitags morgens die Einwürfe. So, dann gehen wir hier schwimmen. Fünf gegen zwei. Gymnastik, Spaziergang. Und dann gehen wir nochmal schwimmen. Freitag, Mittags, Trainingsspiel. Dann haben wir auch grauenvolle Freistöße. Die üben wir dann mal. Dienstag und am Donnerstag. Und dann hier mittags, oder in der zweiten Schicht des Tages, immer ein bisschen gemischt. Hier ein bisschen Krafttraining. Ein bisschen Passspieltraining. Ein bisschen Abseitsfalle. Und ein bisschen Tackling üben. Gespräche wollen auch geführt werden. Bekannte Gesichter sind hier jetzt, glaube ich, nicht so wirklich für mich. Aber man kann sich ja kennenlernen. Die haben eher gegen mich gespielt. Daher kenne ich sie vielleicht. Gil. 17 Jahr. Güldenes Haar. Wird erstmal hier direkt hochgezogen. Weil auf der Position haben wir ja auch konkreten Bedarf. Der nimmt auch direkt an. Schuster mit der Kapselprellung im Knie. Eieiei. Da ist für ihn die Saison, glaube ich, gelaufen. Guckt mir der Außenbanddehnung mal. Oh, habe ich sie direkt übertrieben im Training oder was? Oder hat mein Vorgänger hier die Leute zu lange gequält? WM-Quali Deutschland gewinnt 6-0. Unser Spieler hat aber nicht mitgespielt. Dafür Rekka Biesinger. In einem Trainingsspielchen geht es voll zur Sache. Ja, das ist hier ein direkter Schulz-Effekt. Die unglaublichsten Kombinationen gelingen am Ende still. 4 zu 4. Alle sind zufrieden. Die Stimmung steigt um einen Punkt. Die Stimmung ist ja ganz normal bei mir. So. Der Gil. Kommt mal die Nummer 5. Schuster. Ah, okay. Das ist doch nicht so schlimm. Ich habe es mit Knorpelschaden. An dem Knie verwechselt. Der Schuster könnte schon wieder spielen gegen Bochum. Ich komme aus dir. Auch wenn ich angeschlagene Leute eigentlich nicht spielen lassen möchte, spielt er dann trotzdem. Der Bacca ist wieder da. Kommt für Peneff rein. Im rechten Mittelfeld schmeißen wir einfach mal direkt den Jungen Gil rein. Direkt zum Debüt. Das ist die Schulz-Jugendförderung. Ich habe zumindest einen starken oder zwei starke Bankspieler mit Silber Degos und Kojedal. Ansonsten werde ich vielleicht ein bisschen anders mal wechseln. So. Abseitsfall auf jeden Fall. Abseitspressing auch. Taubert offensiv. Alles mal ein bisschen riskanter hier. Offensive Spielweise hier mal von vornherein. Ansonsten lasse ich das erstmal alles. Ich muss mich erstmal einarbeiten hier. Was? Ihr Spieler Moritz Köhler fragt, ob es unbedingt notwendig wäre, dass ihr auf der Bank sitzen müsst. Der hat am Wochenende eigentlich schon was anderes vorgehabt. Was soll das denn heißen? Die Volks tippt 4 zu 2 auf uns. Die muss ich mir gleich mal vorknüpfen, den Herrn. Was soll das denn heißen? Ich hätte eigentlich was anderes vor. Wir sind ja auf der Arbeit, mein Freund. So, wir spielen gegen Bochum. Mit Saisonziel ist oben mitspielen. Wir wollen jetzt aber nicht direkt wieder hier in Schwierigkeiten geraten. Ich habe ja auch in Münster erst nicht allzu lange durchgehalten. Auf meinen Lebenslauf wollen wir gar nicht mal gucken. Aber hier in Dresden kann man vielleicht an alte Zeiten anknüpfen. Nikolic, der hat sich dem Ball zu weit vorgelegt. Aber wir machen uns auch nichts vor. Die Niederlage von Münster war unpassend. Zumindest vom Zeitpunkt her. Also wir waren auch gerade gut drauf und dann verliere ich ein einziges Spiel und bin sofort weg. Das ist echt absurd. Da werden sich auch keinen Gefallen mitgetan haben. So, Meier tritt am Ball vorbei. Aber was kann, kann es? Die Kluner schon lange bekommt eine zweite Chance. Was? Nielsen streckt sich vergeblich frei. Versucht zu retten. Der bleibt mit dem Ball im Fuß im Tornetz hängen. Der muss hilflos zusehen, wie der Ball ins Tor kommt. Was war das denn jetzt für ein Tor? Er tritt am Ball vorbei und der eine tritt auch am Ball vorbei. Pate kann nicht mehr und schleicht über den Platz. Der eine blieb mit dem Fuß im Tornetz hängen. Das ist ja Slapstick vom Vereinsen, aber wir führen 1 zu 0. Pate, das ist nicht mein alter Torhüter. Das ist hier der Linksverteidiger. Der kann nicht mehr. War er lang verletzt? Offensichtlich. Dann muss ich ihn jetzt rausnehmen, wenn er nicht mehr kann. Wer kann denn hier Linksverteidiger? Der Bäcker muss dann hier einfach aushelfen. Oder haben wir Allrounder? Ist hier irgendwo ein Allrounder? Da ist ein Allrounder, der Backer. Dann geht der Backer zumindest auf links. Backer und Bäcker. Mehr Abwehr. Ansonsten gibt es hier ein großes Lob für Meier, der das kuriose Tor geschossen hat. Wir führen 1 zu 0. Weiter so. Mit heißem Herzen, auch mit kühlem Kopf. Das ist die Devise. Weiter so. Weiter so. Kopfball, da verloh, genau auf den Keeper. Und der packt sich ja zu. Wollte ich vielleicht jetzt den dritten Wechsel immer erst spät machen. Bozovic. Der Ball landet auf dem anderen Flügel. Oder kann man vielleicht auch jungen Leuten ein bisschen unverfänglich Spielpraxis geben. Mal immer für eine Minute oder so. So, Packer. Geht Richtung Strafraum. Spielt den Ball auf rechts außen. Wir hätten Stand jetzt nur 5-Punkte-Rückstand auf Platz 3. Wien, Wiesbaden und Münster. Das sind pikante Nachbarn hier in der Tabelle. Noch nicht ganz Nachbarn. So, der Gil hat das ganz ordentlich gemacht hier bei seinem Debüt. Der Diaz ist beidfüßig und kommt für ihn rein. Jetzt habe ich doch früher gewechselt. Ich hätte ja eigentlich den guten Stürmer einwechseln sollen. Ja, dann halt beim nächsten Mal. Das ist hier noch Gewohnheitssache. Der Schulz ist ein Gewohnheitstier. Bozovic auf Wallier. Schöner Schuss mit viel Schnitt. Knapp am Winkel vorbei. Und dann kommt hier nochmal der Silver de Goose für Dapvalu. Und Bozovic gegen Skicluna. Wir haben hier ein kleines Chancenplus. Gegen mal das über die Zeit. Oder können wir vielleicht sogar nochmal nachlegen. Ich habe jetzt hier mehr oder weniger die gesamte Rückrunde. Mein Vorgänger hat nur ein einziges Spiel in der Rückrunde machen dürfen. Gucken wir mal, ob man da noch hier was drehen kann. Wir gewinnen 1-0 direkt das Debüt. Das ist auch mal schön, dass es hier direkt mit dem Erfolgserlebnis losgeht. 290.000 eingenommen, 153.000 Prämie gezahlt. Meier, der beste Spieler. Schiedsrichter Dank hat, weil er der beste Mann auf dem Platz. Spiel bekommt die Note 5 schwach. Wir klettern von 9 auf 8. Haben jetzt schon nur zwei Punkte weniger als Preußen Münster. Münster, ich hoffe, ihr spürt meinen Atem. So, Viktoria spielt 0-0 gegen Zwickau. Heidenheim spielt 0-0 gegen Wiesbaden. Leipzig spielt 1-1 gegen Paderborn. Hannover verliert 1-3 gegen Kaiserslautern. Darmstadt gewinnt 2-1 gegen Nürnberg. Die Darmstädter wollten mich ja auch haben, aber das war mir dann zu heiß. Und ich habe ja richtig gepokert in der Hinsicht. Berlin gewinnt 2-1 gegen Rostock. Sandhausen spielt 1-1 gegen Münster. Wolfsburg gewinnt 5-1 gegen Magdeburg. Und Dresden gewinnt 1-0 in Bochum. In der Torjägerliste haben wir einen auf Platz 2. Kommt hier wieder der Juri Campos Award zum Vorschein. Hat der eigentlich ein Denkmal hier in der Stadt? Wäre doch eigentlich verdient gewesen. Vallier, nur ein Torrückstand auf Santini. Ach, unser alter Freund Santini wird hier noch zum Torjäger. Jerome Meier ist auch auf Platz 14. In der Scoreliste haben wir auch Vallier de Gaulle. Und Meier, ach, der Santini, ja, da ist er noch. Der Santini führte ein Rudel Wölfe an. Wie viele Wolfsburger haben wir hier in der 11. Tage? 7 Stück, unglaublich. Unter den derzeitigen finanziellen Rahmenbedingungen sehen wir keine Probleme für die Erteilung der Lizenz. Ja, Dresden hat ungefähr so viel Geld wie Münster. Ich bin der Nachfolger von Lukas Quasniok. Haha. Und Ivica Grilic. Was soll man dazu sagen? Altaifi geht aus Wolfsburg, geht nach Dortmund. Törres von Frosinone nach Freiburg. Wir spielen jetzt gegen WN Wiesbaden. Ja, auch alte Bekannte hier. Also ich besuche erstmal Cook und Schuster. Das haben beide zum Glück nicht so schlimm erwischt. 80.000 Euro verloren in der letzten Woche. Vorstand findet das ganz gut. So, Spieler abwerben. Da haben wir einen mit mittlerem Talent. Rechtsverteidiger von Bayern, Marcel Kelly. Den schnappen wir uns auch mal direkt. So, das riesige Talent kriegt jetzt erstmal eine Förderung. Das riesige Talent kriegt ja auch eine Förderung. Wo spielen wir denn hier? Unsere A-Jugend spielt in der Bundesliga, steht auf Platz 11. Unsere B-Jugend spielt in der 2. Liga, steht auf Platz 13. Und die C-Jugend spielt in der 3. Liga, steht auf Platz 6. Trainingsschwerpunkt ist mal Charakterschulung. Die Schulzsche Charakterschule. So, ich baue mal wieder hier alles von Hand. Machen wir erstmal hier das Nachmittagsprogramm. 5 gegen 2. Gymnastik. Schwimmen. Spazieren gehen. Gymnastik. Unsere Freistöße und Ecken sind beide sehr schlecht. Dann machen wir hier Freistoß, alles abwechselnd. Freistoß, Ecken. Freistoß, Ecken. Und hier machen wir Einwürfe. Machen wir hier ein bisschen leichte Konditionen. Passspiel. Passspiel. Reklamieren. Abseitsfalle und Anti-Abseitsfalle. Oh, die Moral ist doch bei einigen direkt gestiegen. Das ist doch typisch hier. Das kann ja nur an einem liegen. Natürlich an dem Christian Titz. Schultz und Titz, wir könnten nochmal irgendwann so ein Late-Night-Programm machen. Nach unserer Trainerkarriere. Champions League. Freiburg spielt 1-1 gegen Celta Vigo. Frankfurt gewinnt 1-0 gegen Verona. Freiburg auf 3, Frankfurt auf 2. Freiburg ist aber schon ausgeschieden. Frankfurt ist dementsprechend schon weiter. Ingolstadt verliert 1-0 bei Ston Brest. Die sind dennoch Tabellenführer. Sind aber noch nicht sicher weiter. Euroleague, da haben wir noch Düsseldorf. Die gewinnen 2-1 in Palusseura. Auch einige klangvolle Namen hier im Kader. Helio-Vorname. Bestimmt eine ganz hohe Stimme. Ich habe ja gerade mit ihm geredet. Ich dachte mir, er hätte eine hohe Stimme. Aber wir haben auch gerade nur einsilbig so ein bisschen übers Wetter geredet. Ich werde dann nächstes Mal nochmal ein bisschen genauer hinhören. Man will ja die Leute hier auch nicht direkt voll quatschen. Ein bisschen, was macht die Frau? Aber Frauen haben die alle nicht hier. Obwohl, bei Dresden müsste ich nochmal gucken. Schönes Wetter. Die Dönerpreise sind gestiegen hier in Dresden. Seit wann ist das denn so? Wir spielen gegen Wiesbaden. Die sind ja natürlich ein Begriff. Ansprache hat die Wirkung nicht verfehlt. 8500 Zuschauer. Dresden auf 8. Wiesbaden auf 3. Wir wollen da stehen, wo sie stehen. Franz Beckmann, Tipp 2 zu 1 auf Wiesbaden. So, die wollen wir jetzt erst mal lange machen hier. Wo die mir ja noch der zweite Dorn im Auge sind. Münster. Münster und Wiesbaden. Das sind jetzt so, das sind die bösen Stiefmütter oder Ex-Freundinnen. So, Kavachal auf Masikou. Der flankt hier den Strafraum. Den Spielern mache ich da keinen Vorwurf. Die Spieler möchte ich jetzt ja auch gar nicht so fertig machen. Aber die sind Vorstände. So, ich hoffe, dass ich jetzt hier in Dresden mal anders behandelt werde. Ich weiß gar nicht mehr, was führte denn damals zu meiner Entlassung. Wahrscheinlich Erfolgslosigkeit. Aber ich denke, wir haben uns da im Guten getrennt. Ich habe zumindest, wenn es da was Negatives gab, habe ich es vergessen. Das ist auch schon Ewigkeiten her. Es steht 0 zu 0. Es gab keine einzige Torchance. Obwohl wir ja so offensiv ausgerichtet sind. Aber ich denke, auswärts kann man damit leben. Aber ich sage, macht sie fertig. Masikou ist an Meier vorbei. Nimmt den Ball, mitschlägt deinen Haken. Rutscht auf dem nassen Boden aus. Der Ball geht ins Haus. Eine Stunde rum. Ich bringe mal Thias Fugil. Wallier bringt uns in Führung. Der hat jetzt auch schon 10 Tore. Der neue Campos. Silber de Gauss kommt für Niehoff. Direkter Freistoß. Wir haben es doch geübt diese Woche. Wir haben jetzt ein ausgeglichenes Torverhältnis von 34 zu 34. Wallier. Ich meine, ich habe ja zuletzt bei den... Und der Freistoß ist direkt drin. Wallier trifft. Und jetzt hat er schon 11 Tore. Bei meinen letzten Clubs eher mit guter Defensive geglänzt. Aber man will ja auch mal was anderes machen. Und bei dem Stürmerpotenzial hier... Ja, man sieht ja, es funktioniert. Aber gleichzeitig haben wir auch noch kein Gegentor kassiert. Hier gibt es nochmal einen Eckball. Wir würden bis auf zwei Punkte an Wiesbaden ranrücken. Wir würden die blöden Münsteraner auch überholen. Silber de Gauss ans Knie und von dort ins Tor. Und das ist doch 3 zu 0. Ob mit Knie oder mit dem Arsch, ist mir doch scheißegal. Wir führen mit 3 zu 0. Wir haben jetzt 31 Zähler, sind punktgleich mit Bochum. Und nur drei Punkte hinter Platz 3. Da steht Viktoria. Die haben ein bisschen nachgelassen. Leipzig ist mittlerweile hier der Primus in der Liga. Kaiserslautern verliert 0 zu 3 gegen Viktoria, die jetzt wieder in der Spur gefunden haben. Bochum gewinnt 2 zu 1 gegen Wolfsburg. Nürnberg gewinnt 2 zu 0 gegen Heidenheim. Darmstadt gewinnt 1 zu 0 gegen Hannover. Oh, Darmstadt hier doch noch mit einer Offensive. Wen haben die denn jetzt als Trainer? Paderborn gewinnt 3 zu 1 gegen Rostock. Magdeburg gewinnt 1 zu 0 gegen Berlin. Münster verliert 2 zu 4 gegen Leipzig. Zwickau gewinnt 1 zu 0 gegen Sandhausen. Wir gewinnen 3 zu 0 in Wiesbaden. Wallier auf Platz 1 allein. Ich auf Platz 1 der Torjägerliste und in der Scorerliste auf Platz 3. In der Elf des Tages ist er auch als Mittelfeldspieler aufgeführt, merkwürdigerweise. Ihr Team gilt als verschworene Gemeinschaft. Wie kann man das als Trainer fördern? Das ist mein Geheimnis. Sie haben richtig bemerkt, dass meine Spielerzusammenhaltung Streitigkeiten nicht über die Presse ausgetragen werden. Wir dokumentieren das hier alles in Videoform. Woran liegt das eigentlich, dass in ihrer Mannschaft eine so hervorragende Stimmung herrscht? Ich bin der Partygott. Ich bin der Partylöwe Nummer 1 in der Stadt. Ich kenne ein sehr gutes Buch mit wirklich lustigen Witzen. Da bringe ich ab und zu ein paar schon lachen alle. Die Abschaffung der Abseitsregel wird sozusagen schon wieder. Das ist ihre Meinung dazu. Die Regel muss bleiben. Ohne sie würde Fußball mit Sicherheit nicht mehr so schön sein. Noch mehr Fragen. Die optische Überlegenheit war schon beeindruckend. Ihr Team hatte eine vielzahre guten Schwung. Denn die Sandra und ich, wenn wir in ein Restaurant gehen, zusammen, wir haben auch mal optische Überlegenheit. Ich gebe den Wiesbadern jetzt mal eine kleine Spitze mit. Man muss auch sagen, dass unser Gegner es uns heute sehr einfach gemacht hat. Ein paar Tore mehr hätten es schon sein können. So. Zwinker, zwinker. So. Es geht es perfekt weiter. Da Costa verbessert sich in der Kategorie Blank. Wir spielen gegen Paderborn. Die stehen auf Platz 12. Und was trainieren wir denn hier und heute mal? Das sind ja aber auch nicht alles, was mir hier aufgeschrieben wird. Nicht alle Kategorien, die relevant sind. Sollte man so ein bisschen von allem mal machen. So. Wir machen mal weiter ein bisschen Freistöße. Die sind nämlich immer noch miserabel. Zumindest Montag, Mittwoch und Freitag. Gymnastik, fünf gegen zwei, schwimmen, Spaziergang. Nochmal Gymnastik. Machen wir hier morgens mal einen Waldlauf. Und hier machen wir mal Radfahren. Dann machen wir hier ein bisschen Balltechnik. Flanken, Kopfball, reklamieren und Anti-Abseitsfalle. Und wieder alle mit Lob übergießen. Ingolstadt. Sie können zwar die Euroleague nicht verteidigen, aber sie holen den europäischen Supercup. mit einem 2-1 gegen Hallersfield. Sie wollen im Training ein kleines Kabinettstückchen zeigen. Ertreten dabei unglücklich auf den Ball stürzen. Brennen sich die Schultern morgen. Können Sie leider nicht das Training lernen. Ja, das gehört dazu. Das habe ich auch aus meinem Witzebuch. Das war Absicht. Also, dass ich mir jetzt die Schulter verletze, das war keine Absicht. Aber ich bin ja auch Stuntman. Nein, ich vergesse nicht, was ich gesagt habe. Hoffenheim verliert 1-4 gegen Offenbach. Oh, Gladbach mit einem geschmeidigen 7-1 in Kaislautern. HSV verliert 0-1 gegen Zwickau. Und Leipzig verliert 3-4 gegen Halle. Folgende Halbfinale-Paarungen. Gladbach trifft auf Halle. Und Offenbach trifft auf Zwickau. Noch ein 2-Legist und 3 1-Legisten. Benjamin Barroso lässt in einem Trainingsspiel 3 Bälle hintereinander durch die Beine rutschen. Er verliert viel Motivationspunkt. Die anderen lachen schon wieder. Es gehört sich nicht, darüber zu lachen. Amari wechselt ab. Ryan Tingler, junger Spieler, hat sich stark verbessert. Hat um Stärke 5. Ja, wunderbar. Wir spielen jetzt gegen Valerborn. Wird das der 3. Sieg in Serie? Eigentlich sollten wir unseren nächsten Gegner ja schlagen. Locker. Aber nie vergessen, Jungs. Auch eine blinde Katze stößt mal auf eine tote Ratte. Kann passieren. Kann passieren. So, Mannschaft Scheinke will ihr Bestes zu geben. Wir sind hier klar die Favoriten. Borreisbecker, Tipp 0-2 auf Paderborn. Partei ist mit den Kräften am Ende. Eih, was ist denn da los? Also muss ich eben direkt rausnehmen. Mast schießt und Valier kann den Ball blocken. Ja, der arbeitet auch hinten mit. Der Patel muss jetzt sofort rausgehen. Dann kommt der Bäcker. Und der tauscht den Platz mit dem anderen. Backer oder Bäcker? Oder er heißt ja auch wieder auch Bäcker ausgesprochen. Er heißt Deutsch, dann sage ich Backer. So. Karte für Mast. Gil geht in den Strafraum. Kontiniert den Ball. Wird von Steinen bedrängt. Hätte der junge Mann sich auch nicht geträumt, dass er hier direkt Stammspieler wird. Tolle Ablage auf Daffalou. Kein Abseits. Daffalou zieht ab. Und der Keeper klatscht den Ball ab. Delikt haut den Ball ins Seiten aus. Becker klärt per Kopf. Eckball für Paderborn. Tabellarisch auch gar nicht so weit weg sind von uns. Miller, Becker. Es gibt nochmal Eckball. Baderborn spielt hier vorsichtig. Eckball von links. Per Standard ist jeder gefährlich. Miller auf Backer. Der klärt per Kopf. Niaf nimmt den Ball mit. Schlägt einen Haken. Flankt in den Strafraum. Da kommt keiner ran. Meier. Passt zurück. Ballier. Sollte auch heute hier nochmal eine Bude machen. Aber wir sollen auch die anderen Stürmer nicht vergessen. Daffalou hat freie Schutzbahn. Satter Distanzschuss. Und der Ball ist drin. Wir führen 1-0. Das 4. Saisontor war hier ja auch noch mit dem Scorerpunkt. Knappe Kiste. Aber wir führen. Ein Lob für Daffalou. Stunde rum. Jetzt kommt Koidal für Schuster. Gelbbrot für Mast. Wegen schwerer Schirribleidung. Jetzt haben wir auch noch knapp eine halbe Stunde. Ein Mann mehr. Bozovic. Da sollte man jetzt schnell nachlegen. Bozovic auf Baka. Mihoff. Bozovic. Nicht quer. Ballier bricht nochmal ab. Siegt keinen freien Mitspieler. Läuft erstmal zurück. Schlägt den Ball einfach hoch vor das Tor. Seidfallzieher. Wunderbar. Seidfallzieher. Tor des Monats. Daffalou mit dem Doppelpack. Ballier mit 2 Assists. Aber da ist der Anschlusstreffer. Aufpassen. Auch wenn wir einen Mann mehr haben. Jovanovic mit dem 2-1. Das Spiel ist auch nicht vorbei. Silver de Ghost kommt für Nihoff. Und wir gewinnen trotzdem. Mit 2-1 gegen Paderborn. Jetzt mal das erste Gegen-Tor kassiert. Aber alle Spiele gewonnen bei Dresden. Das ist doch ein perfekter Einstand. Da hatte ich schon mal so einen perfekten Einstand. Irgendwo. Ich weiß es gar nicht mehr. 330.000 Euro eingenommen. 159.000 Euro Prämie bezahlen. Daffalou. Daffalou. Der beste Spieler. Das Spiel bekommt die Note 4-mäßig. Man sieht mal der Vallier. Auch wenn er hier Torschützenkönig werden kann. Legt er hier stattdessen einfach mal zweimal auf. Und steht jetzt hier auch mit Sargent gemeinsam auf Platz 1. Aber in der Scorerliste ist er jetzt hier die Nummer 1. Zusammen mit Pio Vachari. In der Elf des Tages Daffalou und Bacca. Wir stehen eher in der Tabelle. Ja, wir klettern langsam die Leiter hoch. Hier stehen jetzt auf 5. Sind von 6 auf 5 geklettert. Sind punktgleich mit Viktoria. Heineheim gewinnt 2-1 gegen Zwickau. Viktoria verliert 1-2 gegen... Was ist denn mit Darmstadt los? Die sind doch doch nicht so ganz abgeschrieben. Die haben aber doch noch einen anderen guten Trainer gefunden. RB Leipzig spielt 1-1 gegen Magdeburg. Roslott verliert 1-2 gegen Münster. Wolfsburg verliert 1-2 gegen Wiesbaden. Berlin gewinnt 4-2 gegen Bochum. Sandhausen gewinnt 4-3 gegen Karlslautern. Dresden gewinnt 2-1 gegen Paderborn. Hannover verliert 1-3 gegen Mürnberg. So, jetzt haben wir... Ja, die blöden Wiesbacherner sind auch vor uns. Aber Münster ist hinter uns. Das freut mich doch. Ja, perfekter Einstand. Wann hätte das gedacht? Wann hat man sowas schon mal erlebt? Vielleicht war es ja doch ein, wie gesagt, Glück im Unglück. Wir haben 45.000 Euro verloren als Präsidium. Wann wurde ich hier zuletzt so angelächelt? Das ist doch wunderbar. Herrlich ist das. Gibt es hier schon einen Präsidenten? Hatte ich hier damals schon einen Präsidentenpalast gebaut? Gibt es den noch von früher? Nicht, dass ich das gerade nötig hätte. Nee, scheinbar nicht. Ich könnte den Fernsehturm kaufen. Tanksteller. Ja, wunderbarer Auftakt. Wir stehen in der Heimtabelle auf Platz 8. Auswärtstabelle auf Platz 4. Hinrundtabelle auf Platz 8. Zurückrundtabelle auf Platz 3. Die Niederlage war nicht unter mir. Tabelle 1, Halbzeit Platz 7. Tabelle 2, Halbzeit Platz 3. Also hier geht einiges. Ich habe ja das Saisonziel runtergehandelt. Zu oben mitspielen. Und vielleicht wird es dann doch der Aufstieg. Gucken wir mal in die anderen Ligen. Regionalliga Nord. Oben Cottbus und Osnabrück. Unten Wolfsburg 2. Wuppertal, Wattenscheid und Nordhausen. Regionalliga Süd. Oben Burghausen, Augsburg 2. Unterhaching. Unten Groß-Aspach, Karlsruhe, Nürnberg 2. Homburg. Homburg hat erst 2 Punkte. Nach 21 Spielen ist das, glaube ich, nicht die beste Bilanz. Bundesliga Augsburg ist Tabelle. Für Alente, Bielefeld, Freiburg, Halle, Hoffenheim und Gladbach. Auf den Abstiegsrängen Offenbach, Dortmund und der HSV. Ingolstadt auch ganz schön abgesackt hier. Wir stehen in der Rückrundtabelle auf Platz 13. Wir waren vorher schon ein bisschen abgesackt. Ja, es läuft wirklich ideal hier in Dresden. Wir spielen beim nächsten Mal gegen Nürnberg, Kaiserslautern und Darmstadt. Wir stehen auf Platz 8, Platz 12 und Platz 18. Aber wir sehen, Darmstadt, die haben bisher perfekte Rückrunde gespielt. Oder ein Unentschieden, drei Siege. Wer hätte das gedacht? Wir müssen weiterhin hier ernst bei der Sache bleiben. Und beim nächsten Mal sehen wir das. Tschüss, bis dann. Bye, bye. Tschüss. Vielen Dank.